Der Salafismus gilt als eine ultrakonservative Strömung innerhalb des Islams, die eine geistige Rückbesinnung auf die Altvorderen anstrebt. Der Ausdruck bezeichnet auch bestimmte Lehren des sunnitischen Islams. Diese orientieren sich nach ihrem Selbstverständnis an der Zeit der Altvorderen. Unter den zeitgenössischen Strömungen zählen einerseits die Schülerschaft Mohammed Abdus dazu, die eine Vereinbarkeit von Islam und Moderne vertritt. Andererseits konservative Richtungen, welche sich auf Ibn Taimiyah beziehen und nicht nur die Moderne, sondern auch Entwicklungen der islamischen Theologie und der religiösen Praxis wie etwa Traditionen bestimmter Rechtsschulen oder den Sufismus, ablehnen. Zu den Salafisten zählen auch die Wahhabiten. Speziell wird die Bezeichnung für nicht-saudische Wahhabiten gebraucht. Dazu zählen beispielsweise die AHLI-Hadid, Tariqa-Yi-Mohammadiyah und die Mohammediyah. Der Begriff Salafismus Der Begriff Salafiyah setzt sich zusammen aus dem arabischen Wort für Vorgänger-Altvordere und der Femininform der Nis-Beendung, einem recht produktiven abstrakter bildenden Sufix, das sowohl dem deutschen Heid entspricht als auch der Bildung von Ismen dient. Der Begriff Salafia kann daher frei als die Orientierung an den frommen Altvorderen wiedergegeben werden. Zu verschiedenen Zeiten haben sich Bewegungen herausgebildet, deren Verständnis des Islam sich an der Frühzeit der Religion orientiert und das daher von ihren Anhängern als unverfälscht angesehen wird. Je nach Kontext waren diese radikalen Strömungen unterschiedlich geprägt und hatten unterschiedliche Forderungen. Gemeinsam ist ihnen jedoch ein Fundamentalismus im Wortsinne, da viele Jahrhunderte theologischer Entwicklung ignoriert werden, um direkt zu den Quellen Koran und Sunna zurückzugehen. Ein Anhänger der Salafia wird als Salafi bezeichnet. Der inzwischen übliche Begriff Salafist bezieht sich meist nur auf die zeitgenössische Bewegung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die reformistische Strömung des Modernismus Salafia genannt und damit positiv konnotiert. Inzwischen hat der Begriff eine Bedeutungserweiterung erfahren und wird bisweilen inflationär benutzt. Er reicht bis zu den neofundamentalistischen Strömungen des Islam und bezeichnet im Alltagsgebrauch die Rückwärtsgewandtheit von Muslimen, die versuchen, die Sitten und Gebräuche des 7. Jahrhunderts als Tradition in der modernen Welt zu leben. Teilweise werden auch militante Gruppierungen als salafistisch bezeichnet. Die von Osama Bin Laden inspirierte Salafistengruppe für die Predigt und den Kampf in Algerien trägt den Begriff selbst im Namen. Die ehrwürdigen, rechtschaffenden Vorfahren sind die ersten drei Generationen von Muslimen. Diese standen entweder in unmittelbarem Kontakt mit dem Propheten Mohammed und waren dessen Anhänger oder sie kannten seine Nachfolger. Wer wiederum die Tabieh kannte gehört zur dritten Generation Nachfolger der Nachfolger. Dabei ist nach der Lehre entscheidend, dass die Bekanntschaft im Zustand des Glaubens stattgefunden und dieser Zustand bis zum Tode angehalten hat. Der letzte der Sahaba war Anas Bin Malik als letzter der Salafe der dritten Generation gilt Ahmad Bin Hanbol, der Begründer der Han-Balitischen Rechtsschule, der 855 N. CHR, starb. Sie waren an der Verbreitung des Islam und seiner Tradierung maßgeblich beteiligt. Manche zählen auch spätere Gelehrte noch zu den Salaf wie etwa Ibn Taimiyah und Mohammed Ibn Abdi Al-Wahab, den Gründer und Wegbereiter des Wahhabismus. Diejenigen Wahhabiten, welche den Bezug auf Mohammed Bin Abdi Al-Wahab in ihrer Selbstbezeichnung vermeiden möchten, bezeichnen sich ebenfalls als Salafis. Dies liegt daran, dass sie nicht als Anhänger einer Einzelperson gelten wollen, sondern für sich in Anspruch nehmen, den ursprünglichen Islam zu praktizieren, da auch ihnen die Salaf als Autoritäten dienen. Mittlerweile werden fälschlicherweise Wahhabismus und Salafi JZT austauschbar verwendet. Die Wahhabiten sind Teil der vormodernen Salafia und gehören auch zur zeitgenössischen Salafia. Von der modernistischen Salafia waren sie zunächst stark unterschieden. Die salafistische Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts gilt als Vorläufer des Islamismus im Sinne einer politischen Ideologie, die einen islamischen Staat errichten möchte. Der Islamismus unterscheidet sich davon wie bereits der Begriff nahelegt durch die Ideologisierung, die zur Schaffung des islamischen Systems führen soll, was bei der Salafia noch nicht im Blick ist. Schulze bezeichnet den Islamismus auch als Neo-Salafia. Siehe auch, vor moderne Salafia, bereits in den frühen Jahrhunderten des Islams gab es Gelehrte, die der zeitgenössischen Theologie samt der gewachsenen Tradition kritisch gegenüberstanden und sich an den Fundamenten des Glaubens, an Koran und Sunna orientieren wollten. Dabei sollte idealerweise keine Regelung akzeptiert werden, die keine Grundlage in diesen Quellen hatte. All diese Punkte gelten auch für die moderne Salafia. Der prominenteste Vertreter auf den die späteren Strömungen zurückgreifen sollten war Ibn Taymiyyah, der bis Anfang des 14. Jahrhunderts wirkte. Sowohl die Wahhabiten als auch die moderne Salafia sollten seine Schriften rezipieren. Nach Ibn Taymiyyah machte Imam Birgeli im Osmanischen Reich auf den Salafismus aufmerksam. Dabei stützte er sich vor allem auf die Ansichten von Ibn Taymiyyah. Der Gegenbegriff zu Salaf ist Schalaf. Damit werden die nachfolgenden Generationen von Muslimen beschrieben, die über die Jahrhunderte hinweg die Tradition errichtet haben. Den letzteren nachzufolgen gilt als reine Imitation und wird von den Salafisten zugunsten des eigenständigen Denkens verworfen. Die Schalaf werden also von den Salafisten übersprungen. Sie versuchen möglichst nah an die Quelle zu gelangen. Das zugrunde liegende Koranverständnis war ein Buchstabengetreuß. Die problematische Quellenlage zum Frühislam wird dabei ignoriert. Daher war die wichtigste Kritik, die sie gegenüber anderen Muslimen vorbrachten, der Vorwurfe der verwerflichen Neuerung, die von der ursprünglichen islamischen Praxis abweiche. Dieser Vorwurf traf zunächst die islamischen Theologen, die von griechischer Philosophie inspiriert waren. Später gerieten auch die Sufi-Orden ins Kreuzfeuer der Kritik. Siehe auch, die modernistische Schule der Jahrhundertwende. Im ausgehenden 19. Jahrhundert stellte sich angesichts des Imperialismus in der islamischen Welt die Frage nach der Dominanz des Westens. In derselben Phase kamen zahlreiche westliche Missionare in die islamische Welt, deren Vorgehensweise auch die Muslime beeindruckte. Entgegen der empirischen Feststellung, dass die islamische Welt sich nun relativ im Rückstand befand, proklamierten die sogenannt Modernisten die Vereinbarkeit von Islam und Moderne. Bedeutende Vertreter dieser Denkrichtung waren Jamal-eddin al-Afghani, Mohammed abdu, Rashid Raide, Abideh al-Hamid bin Badis, al-Kawakibi und andere. Sie wollten die westliche Lebensart nicht komplett übernehmen, sondern durch den Rückgriff auf die Prinzipien des Islam die zivilisatorische Stagnation überwinden. Gesellschaftliche und technologische Reformen wurden angestrebt. Dem wurde ein Geschichtsbild zugrunde gelegt, wonach der Erfolg einer Gesellschaft mit ihrer Religiosität zusammenhänge. Wenn der Islam richtig verstanden und praktiziert würde, könne die muslimische Welt wieder zu alter Stärke finden. Die Wurzel allen Übels liegt nach dieser Ansicht in der fehlenden Einheit der islamischen Gemeinschaft und in der Verunreinigung des Islam durch fremde Einflüsse. Diesem Weltbild liegt eine Dekadenz-Theorie zugrunde. Der Islam selbst wird demzufolge nicht durch die tatsächliche religiöse Praxis seiner Anhänger bestimmt, sondern allein durch seine Ursprünge definiert. Zentral ist hierbei die Rückbesinnung auf koranische Werte und Traditionen, die von den Gewohnheiten des Propheten, der Sona, erklärt und ergänzt werden. Einen geringeren Stellenwert hat das Vorbild der Altvorderen, der Salaf. Der programmatische Begriff Islam wird teilweise synonym zu Salafia verwendet. Er bezeichnet jegliche Verbesserung der aktuellen Situation nicht nur in Recht und Religion, sondern vor allem auch in säkularen Bereichen wie Bildung, Sprache und Verwaltung. Daraus resultieren widersprüchliche Einschätzungen der Salafia, während sie bei manchen als islamische Reformation gilt. Waren etwa für Eli Kedurie die beiden Protagonisten Aul Afghani und Abdu überhaupt keine frommen Muslime, sondern nur politische Aktivisten. Liberal gesinnte Sunniten wie auch säkulare Denker nahmen das Leitmotivsla auf. Die Salafia wurde zunächst eher von Aktivisten als von Philosophen oder Theologen dominiert. Entsprechend sind größere schriftliche Abhandlungen erst spät entstanden. Eine widerspruchsfreie Beschreibung der modernistischen Bewegung ist nicht möglich, da ihre eigenen Vertreter nicht nur unterschiedliche Akzente setzen, sondern ihre Standpunkte auch infolge biografisch und historisch bedingter Veränderungen modifizierten. Eine umfassende Dogmatik besteht ebenfalls nicht. Auch waren die theologischen Ansichten anfangs weniger brisant als ihre gesellschaftlichen und politischen Forderungen. Das maßgebliche Medium der Salafia war anfangs die Zeitschrift Al-Urwa al-Wuzg, die 1884 von Abdu und Al-Afghani herausgegeben, jedoch schon bald verboten wurde. Ab 1898 wurde die Zeitschrift Al-Manah zur wichtigsten Veröffentlichung der Bewegung. Sie wurde herausgegeben von Rashid Raide und diente anfangs als ein Sprachrohr von dessen Mentor Abdu. Hier erschienen etwa die Rechtsgutachten der beiden Denker sowie ein einflussreicher Korankommentar der Tafsir Al-Manah. Nach dem Tod Abdu wurde auch der Tafsir von Raide fortgeführt. Im Maghrib gab HBD Al-Hamid bin Badis von 1924 an die Zeitschrift Ash-Shihab heraus. Durch die Verbreitung der Publikationen nahmen in der ganzen arabischen Welt die Anhänger der Salafia zahlenmäßig zu, mit der städtischen Mittelschicht als ihrer sozialen Basis und ihrer größten Konzentration in Kairo. Auch in Damaskus wurden die Werke von Ibn Taimiyah wieder verstärkt rezipiert von einem Kreis um Jamal-eddin Al-Kasimi und Abdeh Arasak al-Bitar, die eine traditionelle Ausbildung als Religionsgelehrte genossen hatten und vom Sophismus geprägt waren. Weder ihre Kontakte zu den Modernisten in Ägypten noch ihr eigenständiger Ait-Tihad wurde von den örtlichen Religionsgelehrten gerne gesehen. Theologisch stand das Konzept des Tauhid im Mittelpunkt wie schon bei den Wahhabiten. Das Gegenteil zum Tauhid ist Schirk die Beigesellung anderer Götter zur Verehrung des einen Gottes, sprich des Politheismus, dessen Ablehnung ein wichtiger Teil des Islam ist. Dies wurde manchen Sufi-Orden vorgeworfen, die sich nach Ansicht der Salafia durch die Anrufung von Mittlern des Schirk schuldig machten. Auch weit verbreitete Praktiken des Volks-Islam wie Aberglaube, Gräberkult und das Feiern von Mohammeds Geburtstag, die keine Grundlage im Koran haben, prang ehrten die Modernisten an. Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rechtsschulen wird als Tradition bzw. Nachahmung und Spaltung der Oma abgelehnt. Stattdessen folgt man eine Art Rechtsschule der Salaf, deren Konsens für alle späteren Generationen wegweisend sein soll. Die Religionsgelehrten galten einerseits als Regierungsmarionetten und andererseits als erstarrte Traditionalisten. Die fraglos Gedankengebäude theologischer Schulen übernahmen ohne sich selbstständig um ein Verständnis des Islam zu bemühen. Die Vertreter der Salafia lehnten dies als blinde Nachahmung ab, was sie aber keineswegs daran hinderte, in ihrer Theologie auch auf althergebrachte konventionelle Argumentationsmuster zurückzugreifen. Generell praktizierten sie jedoch als Tihad die eigenständige Rechtsfindung mithilfe der als authentisch betrachteten Quellen. Neben dem Koran ist dies die Sonat, wobei die Salafis nur einen sehr kleinen Teil der Hadithe für echt und fälschungssicher hielten, nämlich die mehrfach überlieferten Hadithe. Insofern stützten sie sich fast ausschließlich auf den Koran. Ihr Verständnis des Aidsch-Tihad ähnelte dem Prinzip des Analogieschlusses und durfte nur angewendet werden, wenn keine Regelung in den Quellen oder kein Konsens der Salaf vorlag. Seit dem 10. Jahrhundert war der eigenständige Aidsch-Tihad zugunsten der bis dato gewachsenen Tradition aufgegeben worden. Durch die Ablehnung des Taklit wollte die Salafia das Tor des Aidsch-Tihad wieder öffnen. Die Ausübung des Aidsch-Tihad sollte dabei auf die weltlichen Bereiche des Rechts und des Zusammenlebens beschränkt sein. In religiösen Fragen im engeren Sinne Aidsch-Tihad zu betreiben, verwarf die Salafia als Heresie, solange sie nicht nur dazu diente unklare Koranstellen zu verdeutlichen. Insofern war auch in dieser rationalistisch erscheinenden Bewegung der Stellenwert der Vernunft keineswegs absolut. Sie hatte ihre Grenzen in der göttlichen Offenbarung. Der Grundannahme, dass letztere und die Vernunft jedoch prinzipiell identische Ergebnisse erzeugen, folgte auch die Übereinstimmung von Islam und moderner Naturwissenschaft. Dies sollte die These des Orientalisten Ernestrinern widerlegen, wonach Islam und wissenschaftliches Denken unvereinbar wären. Im extremen Fall führte die Gegenbewegung zu der Entstehung von Korankommentaren. Die übernatürliche Phänomene innerhalb des Koran mithilfe von moderner Technik und Naturwissenschaft zu erklären versuchten. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sämtliche fortschrittlichen Errungenschaften bereits im Koran vorgezeichnet sind. Ein Beispiel sind Geistwesen, die Jinn, die Abdu als die kurz zuvor unter dem neu erfundenen Mikroskop entdeckten Mikroben interpretierte. Auch das evolutionäre Prinzip wollte Abdu als Gewohnheit Gottes in den Koran hineinlesen. Eine Voraussetzung hierfür war, dass im Gegensatz zu den Salafia Bewegungen anderer Epochen der Modernismus nicht literalistisch war. Auf der anderen Seite verhinderten die Dogmen von der Unerschaffenheit des Koran und von seinem göttlichen Charakter weiterreichende rationalistische Interpretationen. An die Stelle symbolischer Auslegung trat häufig der wortwörtliche Kommentar entsprechend der islamischen Tradition. Die Gratwanderung zwischen dem Vorbild der Altvorderen und einer modernen Aufklärung war folglich von Widersprüchen geprägt. Dawa oder Mission wörtlich die Einladung zum Islam, stellt Abdu als individuelle Pflicht im Gegensatz zu einer Verpflichtung der Gemeinschaft dar. Auch Rashid Raide strebte an, ein islamisches Padat zu westlichen Mischens Tätigkeiten aufzubauen. In diesem Zusammenhang war besonders Bildung von großer Bedeutung. Das Dawa-Verständnis der Salafia beinhaltete alle Maßnahmen, die zu einer islamischeren Gesellschaft führen sollten. Neben der Verbreitung des Islam allgemein bestand hierin auch eine Vorbildfunktion durch islamgemäßen Lebenswandel sowie die Tilgung von Korruption und Atheismus aus dem öffentlichen wie privaten Leben. Bei den koranischen Regelungen wurde, zurückgehend auf Ibn Taimiya, unterschieden zwischen veränderlichen und unveränderlichen. Die letztgenannten sind ewige Regulierungen der Verehrung Gottes und der religiösen Rituale, die in Koran und authentischen Hadi-Aden festgeschrieben sind. Jegliche Veränderung dieser Vorschriften ist eine unerlaubte Neuerung. Hingegen beziehen sich die veränderlichen Regulierungen auf diesseitige gesellschaftliche Fragen. Mit dem Wandel der Zeiten sollten für die sozialen Beziehungen Antworten gefunden werden, die der Moderne angemessen sind. Durch ein unorthodoxes Prinzip der Rechtsfindung, das von Ibn Taimiya entwickelt worden war, sollte der Nutzen für die zeitgenössische Gemeinschaft beachtet werden. Diejenigen mit Befehlsgewalt sollten diesen in ihrer Gesetzgebung berücksichtigen. In realpolitischer Hinsicht waren die meisten Salafia-Anhänger prinzipiell antikolonialistisch. Nur die indischen Modernisten strebten eine engere Bindung an die Briten an. Doch wussten auch ihre nahöstlichen Gleichgesinnten um die Freiheiten unter der britischen Herrschaft in Ägypten im Gegensatz zur osmanischen Despotie. Im Widerspruch zum untergehenden Osmanischen Reich sowie zum aufkommenden Nationalismus der Jungtürken verstanden sich Teile der Salafia als betont. Arabische Bewegung Der panislamische Gedanke war demnach eng mit einem arabischen Nationalismus verknüpft. In diesem Zusammenhang und auch angesichts des Imperialismus der westlichen Mächte war die Förderung der arabischen Sprache ein Anliegen der Salafia. Alternativen zur Fremdherrschaft sollten Herrschaftsformen mit islamischer Begründung sein. Einerseits befürwortete man das Wiederaufleben eines arabischen Kalifats nach der Abschaffung des osmanischen Kalifats im Gefolge der Gründung der modernen Türkei. Andererseits wurden klassische Konzepte wie Beratschlagung und Konsens herangezogen, um eine Art islamische Demokratie zu propagieren und um den vermeintlich koranischen Ursprung dieser Regierungsform zu belegen. Dies zeigt, dass der Rückgriff auf die Quellen des Islam nicht zu einer reaktionären Bewegung führte, sondern eher nach Übereinstimmungen mit der modernen Zeit gesucht wurde. Al-Kawakibi wollte demokratische Elemente sogar mit dem Kalifat kombinieren. Insgesamt übten Vertreter der Salafia Widerstand gegen die osmanische Herrschaft und den Kolonialismus und strebten tiefgreifende Veränderungen bei den etablierten Rechtsgelehrten sowie dem Volksislam an. Dies resultierte im Misstrauen oder gar in Verfolgung der anderen Seite, sodass sich die Ideen der Salafia aufgrund ihrer schmalen sozialen Basis nicht durchsetzen konnten. Zwar wurde Abdu Großmufti von Ägypten und hatte in dieser Position große Einflussmöglichkeiten, doch traf er auch hier auf Widerstand. Die Denker der modernen Salafia bereiteten den Leerboden für den Islamismus als politische Ideologie wie auch für einen säkularen Liberalismus, wobei beide sich als legitime Erben zu präsentieren versuchten. Während die Modernisten zumeist eine religiöse Ausbildung durchlaufen hatten, entstanden die Aktivisten des Islamismus nicht den Ulama. Hierbei ist besonders der Gründer der Muslimbruderschaft Hassan al-Banab zu nennen, der als Volksschullehrer den Bildungsgedanken der Salafia in seine Agenda übernahm. Mit dem Aufkommen des aktivistischen, politischen Islam verschwand die Salafia als intellektuelle Geisteshaltung. Mehr noch als der Bildungsgedanke gelangte nun die Moral als Basis der Gesellschaft ins Zentrum. Bereits Rashid Raide hatte eine Entwicklung durchgemacht, die von den erneuernden Gedanken zu konservativen Standpunkten überging, und hatte sich den saudiarabischen Wahhabiten angenähert. Diese Entwicklung entstand auch aus Furcht vor dem aufkemmenden liberalen Säkularismus, dem die Salafia mit einer Radikalisierung begegnete, die sich im alltäglichen Lebenswandel niederschlug. Damit einher ging eine Einbuße an erneuerndem Elan in der gesamten Strömung, die nun ironischerweise selbst traditionell wirkte und den Muslimbrüdern als moderner Massenbewegung das Feld überließ. Einige Anliegen der Salafia wurden auch von säkularen Intellektuellen aufgenommen, wie etwa der Nationalismus. Insofern war die Salafia die Wegbereiterin für zwei gegensätzliche Strömungen, die nicht ihrer Idee der Vermittlung zwischen Erbe und Moderne entsprachen. In den 1950er und 60er Jahren führte die Tatsache, dass die Salafia nicht mehr Motor der gesellschaftlichen Erneuerung war, sondern nun im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen nationalistische und sozialistische Strömungen politisch an Einfluss gewannen. Zu revolutionären Umstürzen in einigen arabischen Staaten, dass jene es eine Zeit lang verstanden in ihren Diskursen die gesellschaftliche Erneuerung für sich zu reklamieren, führte zunehmend zur Marginalisierung der Salafia, Neofundamentalismus, zeitgenössischer Salafismus. Nach der Enttäuschung über die nationalistischen und sozialistischen Politikresultate, insbesondere über die des Krieges zwischen den arabischen Staaten und Israel 1967 und nach dem Aufkommen der islamischen Revolution im Iran 1979, erfuhren religiöse muslimische Strömungen in den arabischen Staaten einen enormen Auftrieb. Im Zuge dessen sich auch eine Salafia-Bewegung wieder neu formierte, die damit emporgekommene heutige Salafia-Bewegung hat sich jedoch von der modernen Schule weit entfernt. Für die Einstellung der neuen Formation verwendet Olivier Hoy den präziser definierten Begriff Neofundamentalismus, der sehr heterogene Gruppen umfasst. Er ist zweigeteilt in einen konservativen Teil sowie einen dschihadistischen Flügel. Der erste geht zurück auf die vormoderne Salafia wahhabitischer Prägung und hat sein geistiges Zentrum heute dementsprechend in Saudi-Arabien. Der dschihadistische Salafismus ist militant, während die moderne Salafia durch Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte den Muslimen die verlorengegangene zivilisatorische Vorreiterrolle wieder verschaffen will. Möchte der islamistische Neofundamentalismus die religiöse Zeitur zurückdrehen und betrachtet die heutige Welt insgesamt als feindlich. Insofern steht er der Salafia der Jahrhundertwende diametral entgegen. Er gilt als die am schnellsten wachsende radikale Strömung des Islams. Es handelt sich um eine enterritorialisierte Bewegung, die losgelöst von jeder kulturellen Verunreinigung die wahre Religion praktizieren möchte. Verbindung zum Terrorismus Alle islamistischen Terroristen des 11. September 2001 des schwersten Terroranschlages der US-Geschichte gehörten der salafistischen Strömung an. In Deutschland folgt eine Minderheit der Salafisten einer gewaltbereiten dschihadistischen Ideologie, die laut deutschem Verfassungsschutz mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar ist. In seiner Analyse kommt der Verfassungsschutz zum Schluss, dass das von Salafisten verbreitete Gedankengut den Nährboden für eine islamistische Radikalisierung bildet, und dass fast alle in Deutschland bisher identifizierten terroristischen Netzwerkstrukturen und Einzelpersonen salafistisch geprägt bzw. sich im salafistischen Milieu entwickelt haben. Gegründiga A A A A A Vielen Dank.